Guten Morgen meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem Vlog. Ich bin gerade nach Hause gekommen. Es war schon mega stressig hier heute Morgen. Ich hatte heute Morgen um 8 Uhr einen Termin beim Gutachter wegen meinem Zahnersatz. Das habe ich euch schon mal erzählt, dass da halt immer wieder was abbricht und so. Also irgendwie sind wir verflucht. Es läuft nicht so, wie es soll. Immer ist irgendwas. Jedenfalls musste ich dann zeitig los heute Morgen. Und ja, dann Kalvino sollte zur Schule. Ich hatte euch Anfang der Woche erzählt, dass er Bauchschmerzen hatte und dass wir in der Kinderklinik waren. Und dass da war nichts lebensbedrohliches. Und dann noch mal mit dem Hausarzt. Und dann ging es ihm auch besser. Und heute Morgen, also der war die ganze Nacht immer mal wieder auf und war auf Toilette. Und heute Morgen halt auch. Und dann sind wir nochmal mit ihm zum Arzt gegangen. Also Bernd dann. Weil ich ja zu dem anderen Arzt musste. Und der Hund musste raus. Und alles war total stressig. Und dann das Schlimmste, was noch war. Ich war dann einmal auf Toilette heute Morgen. Und ich hatte dann zum Abputzen, also ich hatte mir die Nase geputzt und habe dieses Tuch dann zum Abputzen genommen. Und dann war ein Tropfen Blut an dem Taschentuch. Und ich dann sofort, oh mein Gott, Bernd, Blut. Ich blute. Boah, da habe ich mich so erschrocken. Ich habe dann mehrmals noch mit einem weißen Tuch halt, also mit Taschentuch und Klopapier geguckt. Aber es war gar kein, nicht ein Fitzelblut mehr zu sehen. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist das ja wegen Naseputzen gewesen, dass aus der Nase Blut gekommen ist. Also ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich jetzt alle zehn Minuten das Bedürfnis, auf Toilette zu rennen und zu gucken. Ich meine, ich war jetzt auch schon total oft auf Toilette und es ist gar nichts. Nichts, nicht ein Fitzelblut. Also hoffe ich, dass es wirklich aus der Nase kam. Ja, dann war ich im Laden. Also Bernd ist dann mit Calvino zum Laden gefahren nach dem Arzt. Ich bin nach dem Gutachter auch zum Laden gefahren. Dann haben wir eben gefrühstückt. Und jetzt bin ich dabei, den Wintergarten ein bisschen aufzuräumen. Da ist noch total Chaos. Wir suchen nämlich händeringend so Regalböden, die irgendwie beim Umzug abhandengekommen sind. Also wir haben alles abgesucht, aber nirgendwo sind diese zwei weiße Regalböden. Und das Umzugsunternehmen hat auch schon geguckt, aber ich habe echt keine Ahnung. Und das ist halt so doof, weil wir das Regal nicht benutzen können. Weiß ich auch nicht jetzt. Ja, das mache ich mal. Und ich wollte eben das Bett hier machen. Aber Bernd hat auch gesagt, ich soll mich schonen, weil man herzlich weiß, woher das Blut kam. Also ja, meine Hebamme muss ich noch anrufen. Ich muss noch einen neuen Termin machen für die Vorsorge, weil ich ja im Krankenhaus war diese Woche, wegen dem Schlag auf den Bauch. Muss ich den Vorsaugetermin noch machen. Dann muss Bernd, der fährt nachher zu dem Küchenladen, wo wir damals unsere Küche geholt haben. Der muss noch Schränke, also einen Hängerschrank 30 cm, Entschuldigung, nachordern, weil wir jetzt irgendwie mehr Platz haben in der Küche. Also nicht genug, um den großen zu hängen, aber genug, um noch wenigstens einen kleinen zu hängen. Und ach, ich sag euch, unglaublich, da war auch irgendwo, musste der Bernd hin danach. Er hat gesagt, wenn ich da bin, dann fahre ich da sofort auch vorbei. Ich weiß nicht noch, irgendwas muss der machen. Also es ist ein ganz busy Tag heute. Und das Bett, ich wollte es erst abziehen. Es wäre Zeit, aber ich habe gedacht, das mache ich dann nächste Woche. Genau, ab nächste Woche darf ich nicht mehr arbeiten. Mein Nagelstudio schließt wieder, weil jetzt halt November. Also ihr seht das Video ja hier erst Mitte November. Für mich, also heute ist der 30. 30.10. ist heute. Und es wurde jetzt beschlossen, dass Nagelstudios und Kosmetik alles wieder schließen muss. Das heißt, ich darf nicht mehr arbeiten. Für einen Monat mindestens. Und wir befürchten, dass es viel länger gehen wird. Aber keine Ahnung, ist halt eine Überraschung. Jedenfalls, was ich damit sagen wollte, ist, dass ich nächste Woche mehr Zeit habe. Und dann werde ich das Bett nächste Woche beziehen. Aber ich werde es jetzt eben machen. Ich habe es gestern noch abgesaugt, weil ja der Smurphy bei uns schläft. Und dann sauge ich das eigentlich jeden Tag ab. Das mache ich heute auch nicht. Und ja, dann geht es weiter im Wintergarten. Hier seht ihr die Murmelleimer. Tada! Alles gut. Baby tritt. Regelmäßig. Ja. So. Und ich denke mal, das reißt auf. Der spannt so sehr der Bauch. Aber bis jetzt, toi, toi, toi. Keine Schwangerschaftsstreifen. So, ich schmeiße das dann immer nur so grob alles hin. Und die nehme ich jetzt mit. Die wasche ich mal. Ich habe gerade sehr viel Wäsche weg. Deswegen kann ich die waschen. Also nacheinander. Dann gucke ich immer. Hier, seht ihr? Wäsche. Kann ich das hier eben einsammeln. Das ist immer noch sehr viel provisorisch hier bei uns. Dadurch, dass ich halt auch jetzt im Krankenhaus war. Aber egal. Es wird schon. Hier seht ihr jetzt meine Konstruktion für die Wäsche-Sortierung. Hier sind immer die Putzlappen. Die habe ich jetzt gestern hier zum Hängen so drüber gehängt. Gehangen. Gehängt. Ja. Und dann ist das alles sortiert. Hier ist dunkel 60. Dunkel 40. Putzlappen. Hell 60. Hell 40. Kochwäsche. Und hier ist noch so Vorhänge. Die wollte ich waschen, wenn die Gardinenstangen hängen. Dann kann ich das so einsortieren. Also, falls ihr ein geeignetes System sucht für Wäsche-Sortieren, bei Ikea gibt es diese Kisten. Super, klasse. Und, ach, ich habe auch Putzlappen aus dem Laden mitgenommen. Die muss ich auch gleich waschen und trocknen. So, der Galvino ist jetzt auf dem Sofa, ruht sich aus, guckt Fernsehen. Wo ist denn jetzt hier die Kiste mit dem Putzlappen hier hinter? So, hier ist nämlich noch Essen für einen Smurfy. Einmal seinen Pansen. Freitags kriegt er immer eine extra Portion Pansen. Dann sein Barf. Hier hat der Bernd einmal unsere Ladekabel nachbestellt für das iPhone. Der bestellt immer diese extra langen. Zwei, drei Meter sind die immer. Die sind echt super, weil wir die überall immer haben. Und hier habe ich Galvino eigentlich für die Schule im Brot gemacht und, was weiß ich, geschnibbelt alles. Aber das wurde ja nichts. Und hier sind die Putzlappen vom Laden. Die wasche ich und trockne ich gleich. Und dann ist das auch erledigt. Das war's. Das war's. Das war's. Ja. Das war's. Das war's. Ich habe jetzt hier so grob die Termine alle verschoben, also, was heißt verschoben, abgesagt, weil ich ja nicht weiß, ob wir im Dezember das Nagelstudio überhaupt wieder aufmachen können. Und dann habe ich auch bei Vielmann Termine vereinbart, die habe ich ja abgesagt wegen Quarantäne. Drehe euch mal um. Dann habe ich, was habe ich noch, Geburtshaus habe ich versucht anzurufen, das müsste ich ja absagen wegen Krankenhaus. Da habe ich aber noch keine erreicht, da versuche ich es gleich nochmal. Und jetzt, drehe ich euch wieder um, räume ich die Küche auf. Hier seht ihr noch von gestern, was wir gegessen haben. So Backofen, Kartoffeln mit Salat hatten wir. Und dann haben wir noch hier die Spülmaschine leer zu räumen. Und ja, seht ihr selber, hier ist noch vom Koffer auspacken alles. Ja, muss ich alles noch machen. Meine Eisentabletten, ganz wichtig, die geholfen haben. Hier habe ich noch, die habe ich gefunden, gerade beim Ausräumen, also beim Aufräumen im Wintergarten. Die hatte ich von Ikea schon mitgenommen, da haben wir endlich neue Schneidebrettchen. Hier ist Spinat aufgetaut, weil ich heute Spinatlasagne machen wollte. Ein neues Rezept ausprobieren. Und hier, das wollte ich euch zeigen. Und zwar habe ich das gestern bekommen von einer Freundin von mir, die hat sich selbstständig gemacht. Oder die haben ein Business. Sie und ihr Lebensgefährte haben ja was erfunden, wie auch immer ich das nennen soll. Und zwar haben die Currywurst gemacht. In vegetarisch, aber auch nicht vegetarisch. Ja, Hot Pot. Na, das sieht man gerade nicht. Irgendwie ist mein Fokus im Eimer. So, jetzt da, laktosefrei, vegetarisch, hausgemacht. Also die kochen das selber. Die haben natürlich da auch extra so eine Großküche und so, aber die machen das halt alles selber. Und ihr seht hier auch, das ist in Kastro-Brauxel, also das ist eine Nebenstadt von uns. Da seht ihr das. Und ja, die haben uns das zum Probieren gegeben. Die gibt es halt in Normal und in Scharf. Da ist Scharf. Bernd hat einen mit zur Arbeit genommen, deswegen fehlt der hier schon. Und ich werde euch mal unten verlinken, wer da Interesse hat, sich das mal anzuschauen. Da seht ihr die Seite, wenn mein Fokus funktioniert. www.hotpot.de Also ich kriege da auch kein Geld für. Also da gibt es kein Geld für, das ist einfach, ja, falls ihr ein Start-up unterstützen möchtet, gibt es ihn vegetarisch und unvegetarisch. Wer möchte, kann da gerne mal vorbeischauen und das probieren. So, und ich räume jetzt die Küche auf. Schaut mal, wie süß der da immer schläft. Süß, oder? Jetzt fühlt er sich beobachtet. Ja, ihr Lieben, es hat sich wieder was ereignet. Also es kann nicht einfach mal normal hier bei uns sein. Jetzt, meine Güte, der Fokus, der spinnt total heute. Sorry. Jetzt ist es scharf und ich hoffe, jetzt bleibt es auch scharf. Meine Güte. Also, was sich ereignet hat gerade, ich bin mit dem Smurfio und mit dem Calvino spazieren gegangen, also wollte mit dem spazieren gehen. Das Calvino hatte den Smurfio an der Leine und ich hatte halt Müll in den Händen, weil der halt voll war, der Mülleimer. Regenschirm hatte ich dabei, ich hatte Gummistiefel an, weil es halt regnet draußen. Dann durch diese Gummistiefel, ich habe euch mal erzählt, wir haben so eine Außentreppe hier, wenn wir halt aus dem Haus rauskommen. Die ist auch ziemlich hoch und steil, aber hält sich alles noch an Grenzen, ja. Und die Stufen waren halt mega rutschig von dem Regen und dann bin ich ausgerutscht. Ja, und bin dann so auf dem Rücken, die Treppe runter, also auf dem Popo und auf dem Rücken, nicht auf dem Bauch, die Treppe runtergefallen. Ich habe den Müll halt dann so weggeschmissen und habe versucht, mich am Geländer festzuhalten, aber ja, mal nichts zu machen. Ich bin bis unten durchgerutscht und natürlich mega erschrocken, vor allem Calvino, der hat sich total erschrocken. Mama, 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 ist alles okay, tut dir was weh, was mit deinem Bauch und so. Ja, ich bin dann erstmal sitzen geblieben, mir tat hauptsächlich der Hintern und der Rücken weh, aber jetzt auch nicht unerträgliche Schmerzen oder so. Und das war halt einfach von dem Sturz. Oh ja, und dann saß ich da so ein paar Minuten, zwei, drei Minuten und dann ging es auch wieder. Ich habe halt Angst gehabt, dass ich jetzt so Kreislauf kriege und dann auch noch hinfall, deswegen bin ich erstmal sitzen geblieben. Aber ja, es war alles okay, ich habe dann den Müll wieder aufgesammelt, weggeschmissen. Es war halt nur ein Riesenschock zum Glück, also es ist nichts groß passiert. Ich sage euch was. Wollen wir spazieren. Und dann, als wir nach Hause gekommen sind, habe ich uns einfach Reis gekocht. Dann haben wir uns so Tomate und Gurke dazu geschnitten, wir hatten noch die Restkartoffeln von gestern, haben wir Reste gegessen. Und ich habe schon mal die Spinatlasagne vorbereitet, dass ich die nachher nur noch in den Ofen schieben muss, wenn der Bernd kommt. Jetzt weiß ich nämlich wieder, was der machen wollte. Der wollte in die Metro und nach Ikea. Bei Ikea war er jetzt schon und in der Metro wollte er jetzt, glaube ich, noch fahren. Ich frage ihn mal, weil er wollte diese Beyond Sausage bestellen, äh, bestellen, kaufen. Ja, er war ja da die Küchenmöbel nachbestellen, in diesem Küchengeschäft. Und da ist keine Metro in der Stadt. Fährt er nächste Woche hin. Leute, ich bin so müde. Also mein Eisenwert ist okay. Und ich habe auch echt gut geschlafen die Nacht. Und ich bin trotzdem so müde. Und erschöpft. Und das, obwohl wir erst halb vier haben jetzt. Ja. Egal, ich lasse jetzt ein bisschen die Beine hoch. Hohne mich ein bisschen aus. Warte, dass die Waschmaschine fertig ist. Dann kann ich da nämlich gleich weitermachen. Kannst du auch Hallo sagen für heute? Hallo für heute. Hallo für heute. Bernd ist wieder da. Vom Ikea. Und der hat jetzt so schöne... Ikea-Haul. Ikea-Haul. Kochlöffel mitgebracht. Die sind echt angenehm, ne? Die sind so richtig glatt. Ja, weil es gut ist, ne? Ja, schön. Wunderbar. Dann waren noch Glühbirnen im Angebot. 50 Cent, hast du gesagt, ne? Und noch so eine Pfanne, wie wir schon haben. Die ist ja echt super. Oh, 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 ich bin müde. Hier, ich zeige euch die. Weil wir ja das Problem hatten, dass sich immer die Beschichtung löst. Das ist nochmal so eine. Die sind echt klasse. Deswegen noch eine zweite. So, dann kann ich das hier reinräumen. Zack. Und unsere Lasagne ist jetzt auch im Ofen. Und ich habe den Fokus neu eingestellt. Dementsprechend müsste jetzt der Autofokus auch wieder funktionieren, hoffe ich. Machen wir jetzt hier noch einen Tee. Achso, das hat er auch noch mitgebracht. So ein Deckel. So ein Universal-Topfdeckel. Pfandendeckel. Was auch immer. Ja. Jetzt mache ich mir noch einen Tee. Und dann haben wir heute auch Geburtsvorbereitungskurs. Um 19 Uhr geht es weiter. Da lernen wir heute die Lage des Kindes. Bist du schon aufgeregt? Zu sehen, wie deine Tochter liegt. Oder zu fühlen, eher gesagt. Ich finde das total interessant. Ich freue mich darauf. Bitte? Oder Sohn. Nee, jetzt wissen wir ja, dass es eine Tochter ist. Und dann spielst du das aus? Nach dem Geburtstag? Ja, natürlich. Na klar, erst hinterher. Ja. Und ansonsten. Achso, Wasser muss ich aufsetzen. Dann würde ich sagen, melden wir uns einfach morgen wieder mit einem neuen Vlog. Denn morgen ist auch mein letzter Arbeitstag, ne? Jetzt spinnt er wieder, der Fokus. Meine neue Weihnachtstasse, die habe ich mir bei Action mitgenommen. Und fokussiert wieder nicht jetzt. Ja. Ich hatte schon mal so welche, mit einer Teekanne auch. Aber die sind irgendwann abgesplittert. So, die waren richtig schrömmelig geworden. Und deswegen habe ich für eine neue Koko, weil ich dieses Jahr so in Weihnachtsstimmung bin. Da gibt es jetzt schön Kiba-Tee. Oh, es ist Lörfi. Ärgerst du Lärchen? Oh, ärgerst du Lärchen? So. Neue Möhrchen hat der Bär auch mitgebracht. Die lege ich jetzt im Wasser ein eben. Und ich will sie lange halten. Achso, ich wollte das Video ja beenden, ne? So. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ich habe wieder vergessen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.